Es klingelt zum Unterricht, doch Frau Müller, die Lehrerin der Klasse 5D, ist immer noch nicht da. Drei Minuten später ist sie dann da, zusammen mit einer neuen Schülerin. Das ist Amina. Sie kommt aus Mazedonien und wird von heute am Beuch lernen. Sie kann nur nicht so gut Deutsch, deswegen seid nett zu ihr. Setz dich bitte neben Toni. Ich will nicht neben meiner Ausländerin sitzen. Jetzt reiß dich zusammen, Toni. Nun klingelt es zur Pause. Amina rennt als erstes hinaus. Toni und seine Freunde rennen hinterher. Du bist voll hässlich, du gehörst nicht nach Deutschland. Du bist mega dumm, lern mal Deutsch. Amina fängt an zu weinen. Hanna und Lotte kommen und trösten sie. Lotte holt Frau Müller. Die Jungs entschuldigen sich. Alle haben sich vertragen.